Verlängerung von Auslandsansätzen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die Auslandsansätze der Bundeswehr unabhängig vom Stand der Regierungsbildung um ein weiteres Jahr verlängern. Sie werde in einigen Wochen mit allen Fraktionen über die Verlängerung der Bundeswehreinsätze sprechen, sagte von der Leyen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ich würde es begrüßen, wenn wir die Einsätze im Frühjahr verlängern, und zwar nicht nur für drei Monate, sondern wieder im üblichen Rhythmus für ein Jahr. Die Partner der Deutschen verließen sich darauf, dass die Bundeswehr in diesen Einsätzen weiter zu ihnen stehe, fügte die geschäftsführende Ministerin hinzu. Außerdem bräuchten die Soldaten eine klare Rechtsgrundlage. Von der Leyen sprach sich auch für eine Verlängerung des Bundeswehreinsatzes am Nordirak aus. Die Mission sei erfolgreich, sagte sie. Wir haben die Peschmerga so ausgerüstet und ausgebildet, dass sie ihre Heimat freikämpfen konnten. Die Verteidigungsministerin bedauerte, dass Kurdenpräsident Maas al-Basani entgegen vieler Ratschläger ein Unabhängigkeitsreferendum auf den Weg gebracht habe. Die Aufgabe, die Dschihadisten-Miliz islamischer Staat, ist, zu bekämpfen und den Irak zu stabilisieren, sei noch nicht beendet. Die großen Einsätze der Bundeswehr seien neben Afghanistan und Mali auch der Irak. In allen dreien stehen wir mit unseren Partnern im Kampf gegen den Terror, sagte von der Leyen. Deutschland trage seinen Teil dazu bei, unsere Nachbarschaft zu stabilisieren.